Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video geht es um Verschwörungserzählungen rund um die Titanic. Beschäftigen wir uns doch einmal mit diesem Thema und versuchen die Wahrheit herauszufinden. Bleib also dran. Gleich geht's los. Zu der Katastrophe der Titanic muss, glaube ich, nicht mehr viel gesagt werden. Die meisten von euch werden es kennen. Nur ganz kurz zusammengefasst, die Titanic, zu ihrer Zeit das größte Schiff der Welt, sank bei ihrer Jungfortfahrt am 15. April 1912, nachdem sie kurz zuvor einen Eisberg gerammt hatte. Dabei kamen nach unterschiedlichen Darstellungen ca. 1500 Menschen ums Leben und nur etwa 700 Menschen überlebten die Katastrophe. Damit war dies die bis dahin größte zivile Schifffahrtskatastrophe der Welt. Seither ranken sich um den Untergang der Titanic viele Verschwörungsmythen und Erzählungen. Ein paar davon wollen wir in dieser Reihe gemeinsam betrachten und auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Und weil es so viele davon gibt, mache ich daraus mehrere Teile. Wenn du also Spaß an Mystik- und Verschwörungserzählungen hast, dann abonniere den Kanal kostenlos und aktiviere die Glocke, damit du keinen Teil mehr verpasst. Heute geht es um den Mythos, dass die Titanic das blaue Band für die schnellste Überquerung des Atlantiks gewinnen wollte und deshalb so schnell durch das Gefahrengebiet fuhr und der Kapitän auch deswegen die vielen Eiswarnungen ignorierte. Das blaue Band war damals eine Auszeichnung, die für viel Publicity und Werbung sorgte und damit bei den Reedereien sehr begehrt war. Schauen wir uns diesen Mythos etwas genauer an. Zunächst die Frage, woher stammt der Mythos? Zum einen wäre da ein Gedicht und Roman von Josef Pelz von Felinau, einem österreichischen Schriftsteller, der später nach Deutschland umzog. In diesem Roman berichtet er davon, dass die Titanic diesen Rekord brechen wollte. Als zweites waren da die Unterhaltungen, die zwischen Bruce Ismay, dem damaligen Direktor der White Star Line, und Kapitän Smith stattgefunden haben sollen. Ismay soll in diesen Gesprächen den Kapitän angewiesen haben, schneller zu fahren. Und als drittes war da der Umstand, dass die Titanic mit sehr hoher Geschwindigkeit durch das Eisfeld fuhr und das trotz verschiedener Warnungen. Betrachten wir einmal die einzelnen Teile. Ist dieser Mythos so schlüssig, wie es auf den ersten Blick scheint? Als erstes wären da der Gedichtband, Roman und das Hörspiel von dem Schriftsteller Josef Pelz von Felinau. Dieser schrieb nach dem Untergang der Titanic 1915 zunächst ein Gedicht mit dem Titel Der Untergang der Titanic. Hierin gab er auch an, dass er an Bord der Carpatia war. Die Carpatia war das Schiff, welches der Titanic zu Hilfe kam und die Überlebenden der Katastrophe aufnahm. Von Felinau war aber nie auf diesem Schiff und später war ihm diese Lüge auch sehr unangenehm. Er behauptete dies zunächst vermutlich aus Marketinggründen, um sein Buch bzw. sein Gedicht besser verkaufen zu können. Dann waren da noch sein Buch Titanic, die Tragödie eines Ozeanriesen. Diese schrieb er 1936, wobei er 1939, 1944 und 1950 jeweils Textänderungen hierfür schrieb. Außerdem wurde 1950 ein Hörspiel mit dem Namen Titanic veröffentlicht. Und in all diesen Varianten wurde immer wieder diese legendäre Rekordfahrt thematisiert. Doch wie steht es um den Wahrheitsgehalt? Nun, einfach gesagt, es ist ein Roman mit einem berühmten Schiffsunglück als Aufhänger. Nicht mehr und nicht weniger. Ähnlich wie bei dem Film Titanic von James Cameron, den ihr sicher alle gesehen habt. Felinau verbindet dabei geschickt wahre und ausgedachte Handlungsstränge miteinander. Ein Anspruch auf historisch korrekte Darstellung hatte dieses Werk aber nie und sollte auch nur der Unterhaltung dienen. Trotzdem befeuert gerade im deutschsprachigen Raum dieser Roman den Mythos bis heute. Auch die Gespräche zwischen dem Direktor der Reederei und dem Kapitän scheinen für diesen Mythos wichtig zu sein. Hier soll Bruce Ismay dem Kapitän die Anweisung gegeben haben, schneller zu fahren, um schon am Dienstagabend statt erst am Mittwoch in New York anzukommen. Ob diese Gespräche wirklich so stattgefunden haben, ist jedoch fraglich. Denn Ismay überlebte die Katastrophe zwar, sagte aber aus, dass er nur Passagier gewesen war und dem Kapitän keine Anweisungen hätte geben können. Urheberin dieser Behauptungen ist die erste Klasse Passagierin Ilwe bis Lainz. Bestätigt wurden diese Aussagen aber nie. Dass Bruce Ismay aber wirklich nur Passagier war, darf bezweifelt werden. Denn schließlich war er auch der Direktor der Reederei. Außerdem werden wir noch sehen, dass mindestens der Funker in ihm mehr als nur ein Passagier gesehen hatte. Denn er übergab ihm zumindest einen Funkspruch über Eiswarnungen, die für den Kapitän und die Offiziere bestimmt waren. Trotzdem, selbst wenn diese Aussagen stimmt, dass Ismay mit dem Kapitän über eine frühere Ankunft in New York diskutiert hat, dann wäre das immer noch kein Beweis für den Versuch einer solchen Rekordfahrt gewesen, sondern höchstens, um Werbung für die Reederei zu machen. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wenn das alles für sich genommen stimmig ist und die einzelnen Teile nicht die Verschwörungserzählungen unterstützen, warum wurde die Titanic dann nicht langsamer, als sie von den Eiswarnungen erfuhr? Das ist doch ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass der Kapitän unbedingt dieses blaue Band gewinnen wollte. Warum sollte der Kapitän sonst eine solche Gefahr in Kauf nehmen und mit einer fast schon rücksichtslosen Geschwindigkeit durch ein Eisgebiet fahren und dabei die Warnungen bezüglich der Eisberge ignorieren? War wirklich eine Rekordfahrt der Grund für dieses Verhalten? Oder täuscht dieser Eindruck vielleicht? Ja, es gab Eiswarnungen. Und nicht nur eine, sondern vermutlich sogar acht. Mehrere Schiffe meldeten Eis und Packeis in der Region und der Funker der Titanic bekam diese auch. Nach Untersuchungen wurde jedoch festgestellt, dass nur eine einzelne davon im Kartenraum auf der Brücke der Titanic ausgehängt wurde. Mindestens eine weitere wurde vom Funker der Titanic an Bruce Ismay übergeben, der diese aber nicht beachtete, sondern in eine Tasche steckte. Doch schon vorher gab es Berichte über Eisberge, von denen auch der Kapitän erfuhr. Und vermutlich wegen dieser ersten Warnungen änderte Kapitän Smith auch seine Route, um etwa zehn Seemeilen weiter südlich zu fahren, als normalerweise üblich gewesen wäre. Mitnichten ignorierte der Kapitän also alle Warnungen, um auf kürzestem Weg nach New York zu fahren. Doch schauen wir uns diese Warnungen einmal genauer an. Ich habe dazu die Positionen der Eissichtungen und Warnungen mit der Position, an der die Titanic schließlich gesunken ist, verglichen. Wenn man die einzige Warnung betrachtet, die im Kartenraum aufgehängt wurde, so sieht man, dass die Titanic über 30 Seemeilen südlich dieser Sichtungen auf den Eisberg getroffen ist und schließlich gesunken ist. Allerdings sieht man auch, dass es etwa auf der gleichen Höhe wie der Titanic weitere Meldungen gab, die aber nicht beachtet wurden. Es scheint also so zu sein, dass der Kapitän einige Warnungen durchaus ernst genommen hatte und weiter südlich fuhr, als normalerweise zu dieser Jahreszeit üblich, aber auch, dass die Offiziere und der Kapitän von den anderen Warnungen keine Kenntnis hatten. Dazu kommt, dass das Wetter klar, die Sicht und auch trotz des Neumondes gut und die See ruhig war. Deswegen war es damals durchaus übliche Praxis gewesen, ein Gefahrengebiet schnell zu durchfahren, wenn es keine Anzeichen für eine unmittelbare Gefahr gab. Auch bei dem Untersuchungsausschuss nach dem Unglück wurden andere Kapitäne befragt, die aussagten, dass sie genauso reagiert hätten. Demnach hat der Kapitän mit bestem Wissen und Gewissen und nach seinem Kenntnisstand die Situation bewertet und danach gehandelt. Es gibt aber noch einen weiteren Grund dafür, dass der Mythos mit dem blauen Band wirklich nur ein Mythos ist und niemand eine Rekordfahrt mit der Titanic versucht hat. Und dieser letzte Grund ist ein ganz banaler. Die Titanic wäre überhaupt nicht in der Lage gewesen, eine solche Rekordfahrt zu unternehmen, da sie schlicht zu schwer war, zu wenig Leistung hatte und demnach viel zu langsam dafür war. Die Titanic wurde, anders als frühere Schiffe der Reederei, nicht für Geschwindigkeit, sondern für Komfort gebaut. Schneller laufende Maschinen sorgen für mehr Vibrationen im Schiff und das wiederum für unangenehme Geräusche, was gerade auf langen Überfahrten sehr lästig war. Die Titanic war aber ein absolutes Luxusschiff und sollte die Passagiere komfortabel über den Ozean bringen. Der Leistungsvergleich zwischen der Titanic und dem damaligen Inhaber der schnellsten Atlantiküberquerung, der Mauritania, zeigen deutlich, dass es der Titanic gar nicht möglich gewesen wäre, diesen Rekord zu brechen. Und das wusste der Kapitän auch. Die Mauritania brachte ca. 31.000 Bruttoregistertonnen auf die Waage, hatte 50.000 kW Leistung auf vier Propeller. Die Titanic wog 46.000 Bruttoregistertonnen und hatte nur 37.500 kW Leistung bei drei Propellern. Das war also weniger Leistung, war schwerer. Die Mauritania kam auf eine Reisegeschwindigkeit von etwa 25 Knoten. Die Reisegeschwindigkeit der Titanic betrug dagegen nur etwa 21 Knoten. Anhand dieser Fakten kann man daher eindeutig feststellen, dass der Mythos um das blaue Band genau das ist. Ein Mythos. Doch es gibt noch weitere Verschwörungserzählungen und Mythen rund um die Titanic. Mit diesen beschäftigen wir uns dann in den nächsten Teilen dieser Reihe. Wenn dir dieser Teil gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte ein Like und abonniere den Kanal, damit du die weiteren Folgen nicht verpasst. Gerne schreib mir auch deine Gedanken und Anregungen in die Kommentare. Bist du meiner Meinung in dieser Sicht oder hast du eine andere? Gibt es eine interessante Verschwörung, die ich mal beleuchten soll? Herde mir damit, schreibe es mir in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen und wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und neugierig. Bis ganz bald hoffentlich. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.